Ja, es hat sich eine Menge getan, muss man sagen, und es freut mich umso mehr, dass wir eben die ACE gegründet haben. Advanced Clean Energy, um genau zu sein, und die besteht letztendlich aus den Unternehmen Adler Smart Solutions, HMB und die Charge Construct. Ja, wir haben eigentlich ein sehr gutes Referenzprojekt, was eigentlich auch deutlich beschreibt, wie leistungsfähig wir eigentlich sind. Das ist im Bereich Sektorenkopplung, das heißt, wir haben in Holland an einem Beispielprojekt wirklich schon realisiert und es läuft und funktioniert auch eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach. Wir haben praktisch verschiedene Ladestationen, um LKWs zu betanken, zu beladen mit elektrischem Strom. Und weil wir einen zu kleinen Anschluss hatten, nämlich viel zu klein dimensioniert, um diese Aufgabe zu bewältigen, vom Netz her, haben wir gleichzeitig noch einen großen Speicher von 6 Megawatt gebaut. Und diese drei Bereiche, die wir mit der ACE-Gruppe komplett bespielen, die sorgen eben dafür, dass das eben von A bis Z in die Praxis umgesetzt wird und auch betrieben werden kann. Wir decken natürlich mindestens Deutschland ab, jetzt ja schon den Hang eben Richtung Niederlande. Die DACH-Region ist dann mit Sicherheit der nächste Schritt und komplett Deutschland ist unser tägliches Geschäft. Wir verfolgen eine Bayern-Bild-Strategie, das heißt, diese aktuell, die drei Unternehmen, die machen zum jetzigen Moment die ACE-Gruppe aus. Wir haben natürlich unsere Strategie daraufhin abgestimmt, wie können wir Bottlenecks reduzieren oder vermeiden, wo können wir noch schlagkräftig werden im Sinne unserer Kundschaft oder unserer zukünftigen Kundschaft. Und deswegen sind wir weiter auf der Suche nach interessanten Unternehmen. Also aktuelle Projekte sind natürlich, wie wir das immer schon kommunizieren, Photovoltaik-Aufdach. Hier sind wir für Gabe nach wie vor sehr erfolgreich tätig, haben eines der größten Aufdach-Projekte komplett geplant und realisiert. 9 Megawatt knapp in Magdeburg. Dann sind wir unterwegs, was super interessant ist im Bereich Sektorenkopplung, E-Trucks, die geladen werden müssen. Hier liefern wir Photovoltaik-Aufdach. Da liefern wir die komplett passende Ladeinfrastruktur inklusive der richtigen dimensionierten Stromspeicher. Und das alles noch mit der richtigen Betriebssoftware und mit dem Monitoring. Komplettpaket alles von uns hier sehr erfolgreich gemacht bei BACA in Holland. Top zufrieden der Kunde. Ist auch ein anschauliches Projekt, wo wir dann mal mit interessierten Kunden oder potenziellen Kunden hingehen, die das dann in der Praxis genau sehen können, was da eben auch läuft, was da funktioniert und täglich auch mit entsprechenden geringsten Ausfallzeiten sozusagen ermöglicht werden kann.